Musik Wir sehen, wir denken, wir sprechen, wir suchen, wir hinterfragen, wir verstehen, wir forschen, wir lehren, wir lernen. Wir erschaffen, rund um die Uhr, Tag für Tag. Deshalb brauchen wir mal eine kurze Pause. Mit diesen Bildern aus Lichtenstein bedanken wir uns bei all jenen, die uns vertrauen und auf uns bauen. Genießen Sie die Feiertage und starten Sie gut ins neue Jahr. Ihre Universität Lichtenstein